Wie ist die Lage nun in Oberösterreich und auch in Niederösterreich? Der Pegel der Donau, der steigt immer noch. In Linz hat man den Hochwasserschutz schon aufgebaut und natürlich auch in anderen Orten und Städten an der Donau. Aber wie wird das Wetter? Und da gibt es keinen Besseren als Josef Hadelsteiner von Giosphere Austria, von der ehemaligen Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Er ist unser Wetterfrosch heute. Herr Hadelsteiner, wie schaut es momentan aus? Wie wird das Wetter? Vom Wetter her ist es so, dass es heute am Nachmittag im Flachland niederschlagsfrei bleibt. Im Bereich der Alpen kann es noch ein paar Regenschauer und Gewitter geben. Aber dort regnet es weniger als was verdunstet. Also die Bilanz ist eher negativ. Man hat ja das Problem, dass jetzt aus dem deutschen Raum, aus Bayern, diese Donauwelle angerollt kommt. Wann wird die den Scheitelpunkt erreichen? Das heißt, wann wird da der Höchststand sein? Dadurch auszuschließen, wann kann man wieder aufatmen, dass das Schlimmste vorüber ist? Ja, der Höchststand wird nach den Modellberechnungen heute am Nachmittag sein. Ab dem Abend sollen die Pegel dann wieder zurückgehen. Das heißt, morgen in der Früh wird man schon sehen, dass das Schlimmste überstanden ist. Das heißt, es wird auch in der Nacht im Bereich von Oberösterreich, Niederösterreich keine Regenschauer mehr geben oder doch noch? In der Nacht wird es niederschlagsfrei bleiben, also vom Niederschlag her ist das Gröbste überstanden. Jetzt kommt nur noch die Welle von Deutschland und die sollte dann morgen in der Früh langsam abflauen. Das heißt, wenn das Wetter jetzt Gott sei Dank besser ist, dann können die Menschen auch aufatmen, dass die Gefahr einigermaßen gebannt ist? Genau so würde ich das sehen. Danke vielmals, Herr Haselhofer. Ja, soweit hier aus Linz. Wir hoffen natürlich, dass diese Wetterprognosen auch wirklich eintreffen und dass das Wetter sich beruhigt, dass der Regen weniger wird und die Leute dann aufatmen können und dann in Ruhe zusammenräumen können, die Schäden, die es gibt, reparieren können. Und natürlich hoffen, dass das Grundwasser auch schnell weggeht, denn in vielen Häusern und Kellern ist auch das Grundwasser ein großes Problem. Die Wiesen und Felder sind gesättigt und dadurch steigt auch das Grundwasser. Und wenn man Grundwasser in den Häusern hat, in den Kellern hat, dann bekommt man das nicht mehr raus, denn das rennt immer noch nach. Da kann man pumpen, so viel man will.